zusammen halten stand fest Du riechst wie meine Mutter Scheiße Nein du hast es abzubauen Wir haben genug Laub um um hier die nächsten drei Winter zu verbringen Mal aufhören das abzubauen Womit? Was? Was denn? Was denn abbauen? Kann es sein, dass wir auch verhungern können? Hallo Ich sag dir spring Ja gut dann ist der Lorenzo jetzt leider ein bisschen gehandicapt Sag dir es Ja Komm schnell Lorenzo Komm her Wollen wir uns erst das Laub abbauen Wow Komm hier wir gehen jetzt Wir zusammen Haltenstande fest Du riechst wie meine Mutter Boah Boah Wollen wir jetzt da rüberspringen Das war kalt sich so auf den Baum Deronimo Oh Scheiße Nein Nein Aua Boah Ach toll ihr habt es ja doch noch geschafft Ja ich bin dabei gestorben Quatsch Was bist du für ein Kollege Ey da oben habt ihr ein Stück Holz vergessen Ja dann geh doch nochmal hoch Ja er ist ja nur damit beschäftigt Ach die Nutz Okay So jetzt gehen wir bauen Zack auf den Arsch Wollt ihr schonmal die ähm Inseln bisschen abbauen Aua Wird mal so Moos organisieren Moos 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 Ich wollte den Spruch auch bringen Shit Ja Ja mir fehlt heute der Lars hier Der Lars Action Hero Weiß dem kann ich so schön über seine Sprüche klauen Wer ist denn der Lars? Der Lars Der war doch auch auf der Gamescom Ja der Lars Keine Ahnung Ah doch der Lars mit dem haben wir das letzte Mal hier gespielt Genau GTA GTA 5 Boah da muss ich heute Boah das möchte ich auch gerne eigentlich noch heute Abend testen Dieses Heist GTA 5 Heist Heist ja ich auch Ich hab's schon runtergeladen Ich auch Wie heißt das? 4,7 Gigabyte Ja Und das ist dann Wie heißt das? Heist Also GTA 5 Das war ein Scherz Heist Sag's doch noch unmännlicher ey Das ist wenn meine Nase schon wieder zu geht Ich muss gleich mal wieder hier Nasenspray nehmen Ja ja Genau das liegt alles in der Nase Ja ich hab da jetzt gerade erst mal eine Grippe hinter mir Hast du auch den Trend mitgemacht? Oh ja Ja ich mach doch jeden Trend mit Darüber haben Lorenzo und ich auch gerade schon geredet Guck mal was ich hab Guck mal was ich hab Boah hast du ja ein Schwert gebaut Ja Toll wir hätten das Holz gebraucht für unser Haus Weißt du Aber ich Egoistisches Arsch Ich hab mir daraus kein cooles Schwert Guck mal dass ich so ein bisschen Material bekomme Ich wollt schon sagen Baust du jetzt ein Laubhaus Könnt aber mal gucken ob ihr so eine Kiste bauen könnt Ja eine Kiste wo wir Sachen aufbewahren können Richtig Ja aber wir haben noch nicht mal ein Haus Wo sollen wir die Kiste denn dann rein stellen Aber echt lass das mal ein Fundament bauen Wir bauen einfach das Haus um die Kiste drumherum Du bist also unsere Schlumpfine hier in diesen ähm Ja Ja ich geh jetzt Bären pflücken Ja la 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 Du musst mal dran Du musst mal dran denken Wie weit die Schlumpfine eigentlich sein muss Weil immerhin als einzige Frau da ne und so viele Schlümpfe Hier entstehen eigentlich neue Schlümpfe Ja durch Sex mit Schlumpfine Der einzige der Sex hat ist doch glaube ich Papa Schlumpf oder? Nein Nein das hat gar keiner Sex Weil die Schlümpfe die sind ja eigentlich ein Produkt von Gargamel Soweit ich weiß Gargamel hat die Schlümpfe selbst erschaffen Soweit ich weiß Vernichten oder was? Was ist das für eine Propaganda die du da hier verbreitest? Ich meine schon dass das irgendwie so war Okay hier lass mal das ja noch eben machen Ja ich bin ja dabei ich baue von oben her ab Ne ich meine äh Achso So eine schöne viereckige Achso Warte mal drei Äh Oh es muss viereckig sein Bist du Autist? Warum? Ja da muss ja auch alles immer in der richtigen Form sein Ey ich bin ganz schlimm bei sowas Also da Ja war ich aber auch immer bei Lego und so Boah Ja ja Du musst da alles eine Form haben Ah das ist das geile wenn du Kinder hast kannst du wieder Lego spielen Das macht so Spaß Ich brauche dafür keine Kinder Und dafür Kinder haben? Ja Lego Technik hole ich doch immer gerne raus Dann baue ich meinen eigenen Roboter der meine Wohnung saugt Nennst du dann Schatz oder was? Hä? Den nennst du Schatz Ja Stupse ich dann mal Facebook an Ey du saug mal Klingt auch schon wieder falsch Ja Es ist auch mit Sicherheit falsch Glaub ich nicht Kann man hier ja trinken? Kann man hier was trinken? Das ist doch eine bessere Frage Schönen Wodka Alkohol Hast du dir einen Teleporter gesetzt zufällig? Ja du kannst zu meinem Teleporter dich teleportieren Das habe ich erlaubt Oh Ey wir könnten aber hier so ein Loch lassen Achso falls du Bock hast meinst du? Nein Zum Schwimmen Zum Schwimmen Ja Doch zum Schwimmen So nennen wir das Musst du aber ganz ganz doll vorher freundlich sein damit du da drin schwimmen kannst Das kann ich Oh mein Gott das geht schon wieder in die falsche Richtung hier Was ist das denn? Das ist natürlich clever Jetzt kriegt ihr das aber auch nicht mehr weg hier ne? Das war der Gameplay-Maß Ne Ich habe dem Lorenzo noch gesagt Boah lass das hat ne die Katrin die kann gleich nicht mehr craften Ja genau Ach komm ey hier da sind wir mal ein bisschen lustig Kann man den nicht mehr abbauen? Das ist ja dämlich Wir können ja mal gucken ob wir das nicht hinkriegen dass du dass wir noch eine zweite Frau irgendwann hier zu kriegen Ich habe da so eine im Auge Ne das will ich nicht Nein ich spiele nicht mit anderen Weibern Direkt einfach süchtig ja Ja echt mal Ne klar können wir machen Die Lisa die hat mich heute angeschrieben die Ionisch Die hat heute wohl auch GTA 5 gespielt Und wie ist es? Also soll sehr sehr gut sein hat sie gesagt Nur sie spielt leider auf Playstation 3 Ach was so was noch auf der 3er Ja manche Leute sind halt voll retro Da hatte Zeiten auf der 4er kotzt mich schon an Wieso das denn? Ich bin dazu ungeduldig das muss alles schneller gehen Ja dann hol sie nochmal für PC Dann installierst du es auf Festplatte Da sind die Ladezeiten bestimmt kürzer Ah weiß ich nicht Ich glaube das hat was mit Server Einstellungen von Rockstar zu tun Die haben dein Online Dings noch nicht so viel Erfahrung Nein Das glaube ich nicht Ah mit Sicherheit Ich denke mal wenn wir einen stärkeren Handschuh haben Geht das mit dem Einsaugen von den Blöcken auch bestimmt schneller oder? Ja Das sagst du aber jetzt nicht nur einfach so oder? Ne ne das weiß ich Das saugen geht dann auf jeden Fall schneller Haben die Entwickler dir gesagt du sollst das sagen? Nein die Entwickler haben mir gar nichts gesagt Wir haben nur gesagt dass ich beachten soll dass das hier noch War nur Spaß Ja ja Aber sag mal wenn das englische Entwickler sind ne? Ja ich habe auch englisch geschrieben Dann verstehen die doch gar nicht was wir hier sagen Ah stimmt Boah ist das Spiel scheiße ey kacke Und das auch noch in der endgültigen Version Boah Ey wie kann man das deinstallieren ey Meine Lebenszeit in Geld zurück Ich habe den Knopf auch schon gesucht fürs Deinstallieren Ne Alt F4 habe ich probiert selbst da geht der Rechner kaputt dann Und zu mir sagen Autisten und hier baut er sich hier ein Ja weil du das so haben wolltest Aber guck mal hier das das stört ein bisschen Was denn? Und So vielleicht Nein lass das mal da bitte 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 lassen Ja dann baut da wenigstens was schönes hin Ist so ein schönes schönes Podest Jetzt hier so ein Dreck Außerdem kann man das von unten auch benutzen So Und jetzt ähm Guck nochmal kurz rein Wann habe ich denn jetzt gebastelt? Ich habe Charged Wood Mining Cell Dann mach ich dem Dennis auch noch so eins Hä? Was denn? Geh mal hier in die Kiste und guck mal hier oben rein Welche Kiste? Hier oben F Achso ja Ja Guck dir das mal diesen links Diesen Ja Was ist das? Damit kannst du jetzt auch Steine abbauen Geil Dann unten schon in deiner Leiste liegen Ja Könnt ihr mal wieder hier so ein Podest hinbauen Hier Nasen Warum? Du kannst doch von unten bedienen Nein Doch scheiße Nein Du bist ja auch nicht Auf jeden Fall das Haus so bauen Dass wir wenigstens Hier künd doch nicht immer da hoch gucken Leute Ja ich würde dann hier so eine kleine Treppe rein Genau das Kommst doch entsteht in wegenasch cureck Beine abbauen wär nicht schlecht Weil dann können wir ein bisschen Zeb等 Sind schon dabei Hast du ja auch schon mal versucht, was zu bauen? Nee, aber wir könnten das Haus ja hier quasi in den Berg mit reinbauen. Sparen wir uns Wände. Wow. Aber dann haben wir keine Fenster und ich brauche ganz viel Licht. Da gehst du sonst ein, du Topfpflanze. Vegetierst dann vor dich hin. So ungefähr. Boah, siehst du, das ist genau das, was mich bei Minecraft am Anfang immer so abgeschreckt hat. Dass man hier so viel sammeln muss immer. Ja, aber da kann man auch schön Smalltalk dabei führen zu dritt. Ja, aber da braucht man interessante Leute. Ja, stimmt. Ich meine, Katrin ist ja noch in Ordnung. Oh, immer auf den etwas, ja. Nein, das hat ja auch Spaß. Ich weiß doch, wie du es meinst. Wären wir jetzt im Livestream, könnte ich wenigstens richtig geile Deichkind-Alben oder sowas anmachen. Ich wollte das zuerst über Livestream übertragen. Hitbox? Ja. Bist du eigentlich Hitbox und nicht Twitch? Weil Twitch kein Mainstream ist, oder was? Nein, nach Hitbox gehen sie mittlerweile alle und das ist einfach von der Bedienung her besser. Du kannst viel mehr Sachen machen. Von wen ist denn, ja, gut umfragen, um zu sagen. Von wen ist denn Hitbox? Von Hitbox. Ah. Oh, jetzt habe ich wieder Fossilien abgebaut. Ja, das sind wohl deutsche Entwickler, ne? Ich meine, der Hitbox-Support ist nämlich auch deutsch. Hat nichts zu heißen. Jeder größere, jede größere Plattform hat auch deutsche Mitarbeiter oder eine deutsche Vertriebsplattform. so kleine Indie-Entwickler wie hier die von Creativeverse, äh, wie heißen die? Äh, Mensch, wie heißen die von Creativeverse? Creativeverse? Ähm, 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 ähm. Playful Corp heißen die. Oh. Kleine Firmen, das sind so meistens, ja, fünf, sechs Männer. Männer oder auch Frauen? Ah, gemischt. Eine gemischte Tüte, bitte. Äh, ich baue gerade hier die Mauer wieder auf. So, das ist... Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So, da bauen wir... Guck mal, das ist so ein Unterstand. Dann können wir hier so einen Grill hinstellen. Bauen wir noch was mit Abluft hier. Ich hab immer noch nicht verstanden, wozu diese Seiten sind. Welche Seiten? Moment mal, jetzt nicht abbauen. Sonst hau ich euch. Was? Ja, wieso baust du das so hin? Seiten sind keine Rezepte. Ja, lass mich doch erst mal, wir können ja noch schön bauen. Ja, okay. Schön bauen kann jeder. Good Mining Cell, oder was? Nee, das sind die Verbesserungen, ne? Was haben wir denn mittlerweile für eine Verbesserung? Kann ich uns gleich auch schon Rüstung bauen? Warum kannst du so viel bauen und wir nicht? Weil ihr hier rumpimmelt und... Ich guck mal, was ich jetzt bauen kann. Ui, ich kann bauen Asphalt, wenn ich das richtige Zeug hab. Hier drüben gibt es noch einen Prozessor, da kannst du auch noch was bauen. Wo? Ja, wo ich bin. Wer da. Ui, was ist das denn Feines? Wo dann, wo dann, wo dann, wo dann? Prozessable. Ich kann Fossilien zu Knochen machen. Oh. Ich kann Stone zu Stone Slap machen. Oh, ach so. Ich guck so. Yellow Pigment, Blue Pigment. Kann ich damit meine Klamotten färben? Ähm. Nee, da kann man Teppich und sowas dann machen. Oh, ich wollte schon immer einen Teppich haben. Oh, ich guck so, was ich je gehört hab. Dennis. Was denn? Dass es Menschen gibt, die schon immer mal einen Tepp an wollten. Einen Teppich? Ja. Teppich. So, ich baue mir jetzt erstmal hier einen Woodsword. So. Oh, jetzt hätte ich es mir fast geglaubt. So, jetzt brauche ich, warte mal, Sinew, Woodrod und Twine. Sinew, Woodrod, Sinew. Kann ich noch nicht, wir haben noch keine Kuh. Warum kann ich denn nichts mehr aufnehmen? Kann ich dein Inventar voll? Ah. Nö, das sieht nicht so aus. Ich, ich tu grad meine Fossilien in Knochen umwandeln. Und? Ach so, das ist, ach, dann ist, weil du da noch am Craften bist. Da muss die ganze Dingens hier abgewartet werden. Aha. Oh, blockiert hier. Ey, dann, ich geh ein paar Monster töten. In der Zeit. Ich hab ja so ein schickes Schwert. Ja, vielleicht könnt ihr die Schweine, so ein paar Schweine, dass wir ein bisschen Leder haben für Kleidung. Aber ich bin gerne nackt. Ich bin so ein Freigeist. Kann ja auch sein. Hm. Ist ja nicht mal nackt. Bitte? Ist ja nicht mal nackt. Ich bin nackt. Vielleicht nur klein, vielleicht nur klein. Das würdest du dir damit sagen. Ich hab nackt Patch installiert. Oh. Oh, du scheiß Schwein. Stirb. Nein, ich meinte nicht dich, Lorenzo. Ah, okay. Puh. Ich dachte schon. Ich muss grad umdrehen und gucken, ob du hinter mir bist. Cool, ich hab hier so einen Sargen, da können wir ja echt anpflanzen. Oh. Ja, den hab ich grad verteilt. In die Hosentasche gesteckt. Ist mir rausgefallen aus der Hose. Oh, ich bin tot. Mich hat ein Schwein getötet. Gibt's denn nicht. In der ersten Folge schon direkt 5000 Mal gestorben. Ja. Ja, ich glaub, wir sind schon weiter als erste Folge. Das ist ja mal nur eine halbe Stunde. Ja. Fast fertig, dann könnt ihr da auch dran. Das ist aber freundlich. Ah, na endlich, ey. Ich bin schon den ganzen Tag dran. Buh. Moment, was sprechen wir denn? Pass auf, jetzt steht eine Frau hinter dir. Schatz, was hast du da grad gesagt? Oh mein Gott, nein. Die würden nicht fragen, da gibt's direkt die Nackenschelle. Ja, richtig so. Ich hab ne Kiste, ich hab ne Kiste. Gunpowder und Kohle. So, gleich kommen wieder die hässlichen Schweine, ne? Ey, hör doch auf. Oh, da ist schon eins. Da sind schon zwei. Ne Krabbe. Ne böse Krabbe. Oh, oh. Ich bin aber dran, dass ihr noch was essen müsst, ne? Ja, ja. Ich guck immer auf meine HP-Balken. Da sind auch Pilze da an der Wand. Die kannst du... Die auch essen, die Wandpilze. Boah, hier geht's ja voll tief runter. Hier gibt's ja auch dann so Jetpacks oder so, weil das so futuristisch angelegt ist. Ja, irgendwann, wer weiß. Bei Terraria. Oh. Nachher eine Raketenbasis kannst du bauen. Oh, cool. Ich wollte schon was von aufwerfen. Oh, mein Schwert ist, glaube ich, kaputt. Ah, ne. Guck mal, der duckt sich. Der ist ja schon klüger als du, das Schwein. Ne, die Krabbe. Da bin ich gerade dran. Helft dir? Oh, ich bin fast tot. Ich brauche... Brauchst du Pilze? Kann ich dir welche geben? Oh, ne, jetzt ist der die selber, wenn ich dann linke Maustaste... Ja, ne, die kannst du nicht. Nur über Kissen und... Ich bin immer kaber, dass man Fossilien abbaut in dir, ne? Ich weiß jetzt mal. Warum? Kaber? Ja. Warum das denn? So knochig und so. Melted Wax. Oh, du machst es ja richtig wohnlich hier. Ja. So, warte mal. Äh, da... Ui, ich kann mir schon hier Ausrüstung bauen und Explosives. Ich auch. Angeber. Guck mal, wie viele Fossilien ich hab. Uuuuh. 10 Minuten blockiert. 11, 10 Minuten? Ja, ist ja gut, warte. Ne, ich mach jetzt meinen eigenen Crafting Table hier. Hab ich doch in Ruhe. Oh, das ist eine gute Idee. So. Ja, man macht es dann hier drin, oder so? So. Ah, schön. Okay, was mach ich mir in dein Table? Ist klar. Hm. Hm. Brauchen wir mal Wände, oder so? Brauchen wir uns direkt so ein Holzhaus, oder gehen wir direkt auf Stein? Tja, ich hab keine Ahnung. Hat drin? Dann direkt, wir können das Holz... Ähm. Der Asphalt hergestellt. Hast du jetzt reingemacht? Ja. Oh, gut. Guck mal, wie er sich alles rausholt, der Sack. Klaut sich alles, ne? No, 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 no. Ich geh noch ein Schwein schlachten. Keine Stütz. Wall. Oh, ein Bett. Stammt. Hast du jetzt die ganzen Holzflöcke, ja, ne? Nö. Hä? Ja, 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 hab ich. Ja, ja, klar. Okay. Aber wie kann ich denn noch mehr herstellen? Ich hab doch auch jede Menge Holz im Winter. Erst, ähm, in dem Prozessor musst du die zu, zu diesen... Wie heißen die denn jetzt? Bootslap oder sowas umbauen. Ah. Mal welche rein. Daraus kannst du dann diese... Holzblöcke bauen. Okay. Da unten ist jetzt auch nochmal so ein Ding. Guck mal hier, ewig viele Crafting-Tables. Machst du da hinten im Eck? Ach, nix. Nimm das Ding aus der Hand. Die Hose wieder hoch. Verdammt, ich hab mich erwischt. Ich hol mir hier noch ein paar Fossilien. Oh, das Wasser läuft aber nicht nach. Wenn man hier jetzt Steine wegnimmt, die ans Wasser grenzen, dann bleibt das Wasser einfach da stehen. Echt? Ja. Ich hab's sinnvoll. Ich bin Moses, ich teile das Meer. Ey. Ich wollte ja ein Bäumchen pflanzen. Wo soll ich denn? Wäre echt so presst, das Haus bauen. Häh? Was sollen wir denn da noch reinkommen? Wo rein ist, ich meine? Wir könnten uns ja noch weiter reinbuddeln und wir könnten das Haus nach vorne hin ja auch noch weiter ausbauen. Das war ja nur als... Ja, nur wenn jetzt jemand hier angeschwommen kommt, kommen wir halt hier nicht rein, wenn du jetzt hier alles... Ja, dann bauen wir hier keine Türchen oder so, damit der rein kann. Keine Türchen? Warte, ich stehe ab. Eins, zwei, drei. Aber darfst du immer nur ein Türchen aufmachen? Weihnachten. Kannst du da eine Tür bauen? Ja. Oh ja, komm her. Was ist denn das für ein Stein? Holz. Bootwall. Holzwelle. Weil du machst die Türen zu groß? Ja, erst beschwörst du dich, dass ich keine Türen mache? Die sind zu groß. Hä, wieso? Hä? Nein, du bist... Hä? Was mache ich denn? Ja. Oh, ist das schön. Guck mal, wir haben eine Tür. Was macht du denn? Oh cool, das ist ja echt eine Tür. Furniture. Ich kann eine Holzleiter bauen. Oh, guck dir mal die Tür an. Die sieht aus, als wäre sie bei Dracula schon benutzt worden oder so als Requisite. Ich habe dir noch ein paar Holzwände reingelegt. Wer ist? Woodburning Lamp. Ja, hast du mir mein Woodrod geklaut? Was? Was? Ich glaube, ich baue mir mein eigenes Crafting-Dings ums Elf. Nein, nö. Dann haben wir hier nur noch Crafting-Dinger. Ja, ist ja gut. Geh weg, du, mit deinem kleinen Ding. Guck mal, das ist ein richtiges Ding. Mit meinem kleinen Ding. Geh weg mit deinem kleinen Ding. Man, der glänzt auch richtig. Im richtigen Licht. Guck mal, hier. Ich habe hier eine Fackel an der Wand gebastelt. Wow. Ja. Ich tue was für die Allgemeinheit. Ja, ich baue hier die Wände aus. Biss man sich ja. Au, au. Hast du eine neue, du hast eine Mütze? Warum hast du auf einmal eine Mütze? Hast du die Armhau gebastelt? Eben schon gesagt. Voll die Hipster-Mütze, ey. Hast du denn eigentlich schon das neueste Handy? Bist du bei Kongstar? Kannst du jedes Jahr einen neuen Vertrag machen mit dem neuen Handy? Hipster, Hipster. Sei kein Hipster, sei ein Kongstar. Was baut man denn vor? Muss ich jetzt eigentlich das Video unter Product Placement melden? Ne, eigentlich nicht. Wahrscheinlich. Ah, Twine. Nice Twine. Nice Twine. Oh, ich würde mal Gap. Eine Holzkiste. Sollen wir hier drinnen noch so getrennte Räume machen, falls man sich als Mann oder Frau mal alleine zurückziehen muss? Nein. Ne, man muss immer zugucken können, ne? Ja. Hier gibt's keine Privatsphäre. Wenn ich meine Mütze ausziehe. Ja, das ist ja dann hoch erotisch, ne? Dann kann ja sein, dass du das alleine machen willst, die Mütze ausziehen. Für mich irgendwo hin, wie jetzt. Wir uns umso wohler. Hey, Pilze. Ja, die Frau geht weg und holt sich einen Pilz. Oh mein Gott. Ja, die typische moderne Beziehung. Verdumm. Verdumm. Wie kann man denn diesen Prozessor bauen? Mensch. Noch einen. Hä? Noch einen. Warum war ich so viel? Ja, aber einer, der ist ja leider immer besetzt. Ey, wir brauchen mehrere Klos, ne? So, dass wir rausgehen. Oh, Lederleggings kann man sich bauen. Ich wollte schon immer Lederleggings antreten. Oh, Entschuldigung, ich hab jetzt von irgendjemandem hier die Seile eingesammelt. Ja, egal. Hab ich reingepackt, ist okay. Kann ich mich von außen irgendwie sehen? Hab ich irgendwas an? Ne, du bist nackig. Drück mal auf E. Oh mein Gott. Du bist nackig. Ah, cool, ich hab so einen Puffpanzer. Du bist nackig. Hättest du wohl gern. Ich finde das Spiel bis jetzt ganz putzig so. Mal gucken, wenn man sich da noch ein paar geile Sachen craften kann. Du hast schon über zwölf Stunden gespielt, ne? Katrin. Ich hab so viele Sachen gesammelt und... ...rotter gesetzt. Guck mal hier. Guck mich an, guck mich an. Wow. Du siehst ja aber komisch aus. Wie ist die komisch aus? Jetzt kriegst du... Ach so, im Spiel meinst du? Warte, ich... Ja. Geh weg. Ah, im Spiel siehst du toll aus. Ja, die Mütze fand ich einfach so toll von der Katrin. Hab ich mir gedacht, die muss ich eben ja auch machen. Oh, wer hat mich schon wieder gehauen? Da war ja Lorenzo. Ja, das ist hier der... Du hast die Mauern ein bisschen zu früh angefangen, oder? Mauer muss weg. Mauer muss weg. So. Kann dir jemand mal so Holzdinger basteln? Und Holz zufällig noch? Ja, ich kann die aber trotzdem nicht machen, glaube ich. Ich muss noch mal gucken, Moment. Was machst du denn? Ja, du hast die Mauer zu früh angefangen. Guck doch mal. Hab ich doch gesagt. Warum? Ja, guck mal, die schließt doch gar nicht ab mit der hier hinter dir. Dreh ich mal um. Ach so. Ja, gut, dann... Ne, wenn du schon so autistisch bist, dann musst du ja noch richtig machen. Dann machen wir das hier richtig. Guck, dann schneiden wir hier ein bisschen ab. Nein. Doch, guck. Andersrum. Nein. Wir passen. Nein, nein. Auf euch anzubitschen. Mensch, der Prophet geht doch nicht... Der Berg geht nicht zum Prophet, sondern der Prophet zum Berg. Ja, deswegen stelle ich hier auch jede Menge Bergzeug hin. Bergzeug? Bergzeug. Die Tür ist super. Wir brauchen Holz. Eine Tür ins Nichts. So, Holz. Ich muss mal eben gucken. Mach mal bei dem einfachen Crafting-Ding, ne? Ja, wir brauchen diese, ähm, Wood Slabs heißen die. Wood Slabs? Nur Bitch Slabs. Die kann ich gar nicht bauen. Ähm, in den Prozessor gehen. Prozessor? Hast du Holz? Ja. Ach so, Wood Slab. Da. Aus Crackwood. Ja, genau. Bogen war. Ich hab euch hier ein Steak gebaut, wo die, äh... Oh, ich mag Steak. Am liebsten schon ein bisschen mit Crafting-Ding. Ähm, ich ess, ich kann ja nur Steak essen, weil ich Veganer bin. Haha. Hahaha. Vielen Dank.